Im neuen Benzinmotor Energy TCE 200 mit einem Hubraum von 1618 cm³ kommen modernste Technologien zum Einsatz. So zum Beispiel variable Gemischverwirbelung, Energy Smart Management, Start-Stop-Technik und reibungsreduzierte Komponenten. Dieser M5MT-Motor zeichnet sich durch einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und niedrige CO2-Emissionen aus und der Einsatz einer Steuerkette anstelle des Zahnriemens reduziert Wartungskosten.